Ein Lied, was auf dem nächsten Album sein wird, welches noch kein Plan hat, also wir wissen auch noch nicht genau, wann es kommen wird, wir brauchen noch eine Weile, aber wir haben uns gedacht, wir bringen euch da was Schönes mit. Und es ist Zeit für euch mit uns in den Mai zu tanzen, zu Ehren der großen Frühlingsgöttin Nertus. Und es ist Zeit für euch. 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 Musik Vielen Dank.